48 Hours. Deutschlands Number One DJ Show auf YouTube. Jetzt an den Decks. Vanessa Lopez. Leute, jetzt gibt es gleich ein bisschen auf die Fresse. Seid ihr bereit? Ist es für euch okay? Wer will ein bisschen was haben? Schett, seid ihr da? Wo seid ihr, Luide? Ich sehe euch. Danke, danke, dass ihr da seid, wie immer. Dankeschön. Und 200 Euro von MAU1990! 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 500 Euro! No way! No way! No way! No way! No way! 500 Euro von Dream. MAU1990! AZNLOTUS vor Vanessa Lopez auf der Twitch-Community. Enter ITWAS! Heilige Scheiße! Was jetzt schon? Was geht denn hier schon wieder ab? MAU1990! 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 Und der Hype Train Level 1 auf Twitch ist gestartet. Was ist das denn? Eine 50er Subbombe? Und so schön ist der Hype Train auf Level 5. Was geht denn hier ab, Vanessa, eigentlich? Kannst du das mal sagen? Ich kann nichts dafür. Ey, Leute, danke, danke. Thank you, thank you people. Do you like bass in your motherfuckin' face? Do you like bass, bass? Und noch eine 50er Subbombe von Arzend Enutos. 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 Ich wäre fast,ja mit ihr. Und noch eine 80er Subbombe von Arzend Enutos. Und noch eine 40er Subbombe von Arzend Enko. Und noch eine 50er Subbombe von Arzend Enutos. 200 Euro! Damit ist der Counter voll Vanessa. Das heißt, es gibt eine Bierdusche. Die machen wir gleich draus vor der Tür, Vanessa Geisjagd, 18N Notus, was ist hier los? Wirklich, Leute? Wirklich? Wirklich? Nein! 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 Leute! Warum? Sie haben alle noch zu mir gesagt, 1000 Euro ist viel. Leute, ihr seid des Wahnsinns! Leute, danke schön! Also einerseits danke, andererseits ach! Wirklich! 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 You take your aim, fire away, fire away You shoot me down, but I won't fall I am Titanium You shoot me down, but I won't fall I am Titanium You shoot me down, but I won't fall You shoot me down, but I won't fall Nein, nein Nein 1000 Euro Oh my god For your body Create your vision 10N Lotus, Alter Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god By the way, nicht wundern, ich bin nicht so groß wie Tobi, ich kann nicht auf dem Tisch, das ist zu hoch We live on And so began the war We live in harmony But like all great power Some wanted it for good Others for evil And so began the war And so began the war And so began the war Woops And the war Of police And so was Oh mein Gott, Vanessa, du hast so treue Fans, du hast schon wieder 1000 Euro bekommen und er meinte, du sollst auf die Bierdusche verzichten, weil er dich so gern hat, oh mein Gott. Ey, das gibt's doch gar nicht. Nein, ich zieh das durch. Eine Fünfe im Chat, soll ich das durchziehen, Leute? Ich zieh das durch. Kommt, ich zieh das durch. Wo sind die Fünfen? Eine Fünfe im Chat. Erfalt in der Chat, should I do it? Okay, ich glaub, ich glaub ja. Eine Frau ein Wort, jetzt geht's wieder los mit Party! Do we build castles in the sky, oh tell me why? All the castles way up high. Tell me why? Tell me why? We build castles in the sky. We build castles in the sky. Chat, vielen, vielen, vielen Dank für euer ganzes Support, hey, unfassbar, unfassbar, wirklich, danke, 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 danke euch, thank you so much for the support, people, Dankeschön an alle, die dabei waren, Twitch, YouTube, Live-Publikum, ihr seid einfach geil, viel, viel, vielen Dank, dass ihr diesen Abend für mich zum Erlebnis gemacht habt, Dankeschön, wirklich, von Herzen, da gibt es die Bierdusche für Vanessa Lopez, in 3, 2, 1 und Anson, hier spricht der Bierkapitän, Ehren in den Töten von der Sonne Lopez, Wooo!